Halli hallo hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight, Death is no Escape. Ach ja... Es ist Zeit... ...zu töten... ...zu... 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 ... ...ja, ich bin auch mal bereit, würde ich sagen. Ich bin auch mal bereit... ...seid mal alle bereit... ...los... ... 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 Oh ja, I'm waiting. Da 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 da, I'm waiting. Hallo. Ihr kleinen Survivor. Hallo. Na? Na, da hab ich hier gleich zwei. Nein, drei. Wie geil. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Da ist er vermutlich jetzt erstmal weg. Ja, ja. Hallo. Wie wärs denn mal mit Aufhängen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah! Ah, fein! Hallo? Eurgh! 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 Huarr! Ah! Eurgh! Aaaaaaah! Oh, 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 oh. Scheiße. 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 Oh, oh, oh. Hmph! Huah! Hey! Hier! War! Ah! Hmph! Ah! 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 Ah... Ah! Das Dumme ist, das ist richtig, richtig scheiße. Das heißt, ich kann schon gar nicht mehr viel werden hier in der Runde. Ich habe halt echt keine Haken. Ja, ja. 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 So, ist hier irgendwo in der Nähe ein Haken? Nein. Dann lass ich dich fallen. So, ist hier ein Haken? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020